Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Dienstag, der 8. Dezember. Hochfest der unbefleckten Empfängnis. Ave Maria, zart, du edler Rosengart, Lilien weiß, ganz ohne Schaden. Dich grüßen wir zur Stunde mit Gabrielis Mund. Ave, die du bist voll der Gnaden. Du hast des Höchsten Sohn, Maria, rein und schön, in deinem keuschen Schoß getragen. Den Heiland Jesus Christ, der unser Retter ist, aus aller Sünd und allem Schaden. Ein Lied zum Fest, zart und schön. Unbefleckte Empfängnis ist Gegenstand vieler gepeinter Missverständnisse, immer noch und immer wieder. Und verzeihen Sie mir, dass ich es wenigstens kurz erläuternd anspreche. Das klingt ja geheimnisvoll und aber auch ein bisschen befremdlich und als habe es auch mit Sexualität zu tun. Und da redet man lieber nicht drüber und so. Ist aber alles so nicht wahr, sondern unbefleckte Empfängnis bezieht sich auf das Festgeheimnis, dass Maria durch ein einzigartiges Privileg, das Gott ihr gewährt hat, vom ersten Augenblick ihrer Existenz an, also von der Empfängnis im Schoß ihrer Mutter Anna, von der Erbschuld bewahrt worden ist. Und dann infolge dieser Bewahrung nicht nur von der Erbschuld, sondern auch von anderer Sünde. Mit der Empfängnis Jesu in ihrem Schoß hat das nicht direkt zu tun, hängt alles irgendwie zusammen. Aber da geht es um die Jungfräulichkeit dieser Empfängnis und der Geburt Jesu, um klar zu machen, dass er wirklich und wahrhaftig Gottes Sohn ist. Aber hier um die Sündlosigkeit Mariens. Das befremdet auch bei näherem Hinschauen noch im wahrsten Sinn des Wortes. Man hat das Gefühl, okay, dann wird sie halt von uns weggerückt in eine andere Dimension oder in eine andere Kategorie und wir werden dann als Sünder sozusagen zurückgelassen und können nur von Ferne ihr vielleicht zuwinken oder sie uns. Aber bitte, liebe Mitchristen, bedenken Sie, das, was Maria vorauswirkend vom Kreuze Christi her geschenkt bekommen hat, das haben wir alle mit der Taufe nachwirkend vom Kreuze Christi her bekommen, nämlich, dass wir von Sünden durch und durch befreit sind, auch eben von der Erbschuld, diesem Verhängnis und der Verstrickung in das Böse. Denn das macht die Taufe an uns und deshalb ist sie so ein großes, wunderbares Geheimnis unseres Lebens, nicht in unserer Erfahrung, weil das ja doch meistens als Kleinkind geschehen ist, aber in sie vertiefen und sie feiern und Gott für sie danken, das sollten wir so oft wie es nur irgend geht, eine Taufspiritualität, könnte man das nennen. Also das, was unbefleckte Empfängnis mit Maria machte, damit sie, wie es in der poetischen Sprache jener Zeit hieß, damit sie dem Sohne Gottes eine würdige Wohnstadt bereiten könne, das haben wir bekommen, damit wir als Christen wirklich leben können. Denn die Sünde gehört nicht zum Menschsein, sie ist dem Menschen fremd und sie entfremdet ihn von Gott. Aus dem Epheserbrief, mal wieder Paulus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen, nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt, nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben. Ja, geht jetzt alles sehr schnell in einem langen Schachtelsatz, aber ich glaube, das Wesentliche, was Paulus so wichtig ist, das hören Sie schon. Wir sind Gottes geliebte und auserwählte Kinder und wir sind von ihm im Stand gesetzt, wirklich vor seinem Angesicht zu leben und mit ihm, immer mehr mit ihm, bis wir dann einmal ganz eintreten in das geheimnisvolle Liebesspiel des dreifaltigen Gottes. Aber jetzt fängt das schon an und deswegen unbefleckte Empfängnis für Maria am Anfang ihrer Existenz, für uns durch die Taufe und ein Grund zur Freude. Gott segne und behüte sie alle. Denn nach dem Sündenfall, wir waren verstoßen all und sollten ewig sein verloren. Da hast du, reine Magd, wie dir vorher gesagt, uns Gottes Sohn zum Heil geboren. Darum, o Mutter mild, befiehl uns deinem Kind, bitt, dass es unser Sünd verzeihen. Endlich nach diesem Leid, die ewig Himmelsfreud mit dir, Maria, uns verleihen.